Heute sind die Buchstaben. Das hieß ich auch nur, weil die Weißen das Buch sind. Siehst du auch, wie krass die getan sind? Aber da sieht man nur den Kopf. Was ist denn jetzt? Wo dieses Holz liegt. Dahinter. Jetzt habe ich so ein Fernglas. Wieso? Welches ist das? Das ist am Boden. Das ist aber krass. Ich weiß nicht.